abgeschlossen abgeschlossen irgendwas hier ist noch nicht abgeschlossen das hat wehgetan scheinlich zu diesem Berg ja hätte ich auch mal die Questbeschreibung oben links lesen können da muss ich nur gucken wie ich da schnell schnell und gut hochkomme da muss ich nur gucken wie ich weiß das ist das ist das ist das ist das ist Ich bin der Nüte, ich bin der Nüte! so wird die mal zielen mit links bullshit als zielen ich weiß nicht ja 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 Hat er etwa geglaubt, der kann hier einfach abhauen? Eiger Lümmel. Das gab viele Vorräte. Die Mongolen waren schneller. Verschlossen. Vielleicht passt einer der Schlüssel. Das gab viele Vorräte. Das gab viele Vorräte. Super. Autsch. Das war vielleicht ein bisschen schlecht getimt von mir. Hallo. Er hat ein Problem, wenn man nach, wenn man links, also in die Schrägen klettert, weil das erkennt er nicht wirklich. Er kennt nur links oder nach oben. Die Mongolen werden ihre Macht am eigenen Leib spüren. Okay, das sieht cool aus. Aber ich würde gerne bei diesen Bolien bleiben, weil das einfach, ich weiß nicht, ist einfach meine Lieblingsrüstung. Bei aller Liebe. Das sind nur Stirnbänder, ne? So richtig schöner. Ja, ne? Ne, bleib leer. So. So. Warte mal. Können wir nicht einfach runter? Doch kann ich. schön muss ich den ganzen weg nicht klettern ich kann gucken was es hier so gibt es war jetzt nur eine farbe meine ich so ich habe noch so viel zu entdecken was ich mal ganz kurz was überlegen ja das ist ganz gut aber hier gehe ich dann hin ja klar die rüstung kann ich jetzt ein bisschen verbessern das ist völlig logisch oder eigentlich mein letzter part werden aber naja kommen wir sonst euer schutz ist meine pflicht damit seid ihr sicher webt wohl ich sehe aus wie so ein opa bitte nicht so ich will die nur verbessern ich will sie nicht ich wollte sie doch nur verbessern ich wollte sie nicht anziehen naja gut würde ich mir vielleicht zweimal überlegen wenn ich x-bums mache habe ich hier nicht gegrast eben noch schmerz im bein gehabt und geholfen jetzt kann es auf einmal aufstehen und mich grüßen ist klar wer sollte das denn glauben entweder hast du schmerzen da musst du nicht aufstehen wegen mir jetzt nicht aber hier die sterben und schwanz zu spielen ach dass jetzt wieder solche sagen ja gut es ist ja kein thema das ist ja let's play und dadurch kann man da durchaus schon mal ein bisschen was machen so ich würde gehen hier runter weit mehr machen aber sieht ja eigentlich relativ gut aus deutlich geht es hier diesen schwenker dann gucke ich mal was man so machen kann hügel des alten clans kann ich da auch wo wollte ich ob das was bringt oder ob es schnell reise das ist ja große dann kann ich das das klatsch sagst du 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 ach du 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 eine grille wirklich weil gut hinterlassen zeug das kann ich halt bluten und kriegt dann noch mal was dazu also dementsprechend ganz so sinnlos ist das nicht unbedingt allem haben die hier nichts zu suchen diese lümmel gut was aber so nebenbei gemacht das gefällt mir ganz gut unentdeckter ort ja den nehme ich auch noch mit kann man mal machen wenn ich gleich runter springen ich will doch einfach nur da ist oder ganz entspannt runter gleitest warum macht er das nicht meine güte da kann ich das leben auch ein bisschen schwer machen so Wer hat mich da von hinten angegriffen? Arschloch, Dreckiger. Arschloch, Dreckiger. Ja, es war nämlich klar, dass ich hier nix Dingsbums krieg. Wenn du etwas mit dem Kuhnei töten musst, dann kriegst du keine Kuhneis. Traurig, aber wahr. Ah, vielleicht habe ich es auch einfach ein bisschen zu viel. Vielleicht wollte ich zu viel. Oder zu schnell. So. Ja gut, das wollte ich eigentlich vermeiden, aber... Du sollst nicht rennen, du sollst normal laufen, sonst bist du wieder am Schnaufen. Aber schön hier. Ich glaube nicht, dass es hier der offizielle Weg ist. Aber auf der anderen Seite... Bin ich da, bin ich da, ne? So, und die Frage ist, was gibt's hier? Noch nichts. Das ist ja doch bestimmt wieder irgendwo wie so ein Duellplatz oder so, das sieht doch schon fast so aus. Oh, schick hier. So, dann geh ich mal hier weiter. Fuchsbau! Fuchsi, 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 yay! Ja, wo willst du hin? Nicht so schnell, Fuchslein! Warte auf mir, warte auf mir! Ja, warte auf mir! Ja, warte auf mir! Yeah! Alles, Mann! So, das bedeutet... Hä? Ich dachte, ich habe jetzt ein... Einmal w raging! Was ist das? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber okay, ähm, was wollte ich denn? Achso, hier lang wollte ich noch mal. So, dann machen wir hier noch mal weiter. Dann gucken wir mal nach der Zeit. Dann gucken wir mal nach. Was? Ist das euer Ernst? Ja, da erzählen sich die Bauern ein paar Geschichten. Autsch. Das klingt, das sah qualvoll aus. So, ich müsste doch bald da sein. Ich folge einfach mal dem Fluss. Naja, mehr oder weniger Fluss. Ist eher ein Bach. Dieser tolles Mann ist einfach schön. Ich sammle drei Bambus und kriege aber zusätzlich fünf dazu. Wäre das nicht andersrum? Besser? 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 Ah, Haiku. Auf die Schnauze. Bing, 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 bing. Ich habe keine Ahnung, was diese Haikos bringen. Ich habe keine Ahnung, was diese Haikos bringen. Hände abwehrend erhoben. Hände abwehrend erhoben. Ich habe keine Ahnung. Antwort. Ich trage doch sowieso nur den Hut. So. So, jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Säule der Ehre. Ich glaube, es wird langsam echt Zeit, hier ein bisschen weiter zu machen. Aber nicht immer heute. Schickt eigentlich für heute. Na komm, die 30 mache ich noch voll. Gucken, was es hier so gibt. Alt-Toyotama-Hügel. Oh, nochmal baden. Ja, das nehme ich mit. Gibt es aber schon wieder Gesundheit. Als hätte ich seit Tagen nicht geschlafen. Entschuldigung. Hätte ich nur Zeit für ein kurzes Neckerchen. Mach das doch. Stört hier keiner. So. Technikpunkt zweimal Gold. Hier gibt es auch ein Duell. Ich will erst mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Hüste der Ertrunkenen. Da gibt es noch voll viel. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Tschüss, Leute. Tschüss. Hüste.